Hallo Leute! Wie ihr vielleicht bemerkt habt, haben wir in letzter Zeit 1000 Abonnenten mit unserem YouTube-Kanal erreicht. Wir freuen uns super doll darüber. Leider haben wir aus zeitlichen Gründen nicht die Möglichkeit dazu, ein 1000 Abonnenten-Special zu machen. Wir laden ja schließlich so schon jede Woche einen neuen Song hoch. Wir haben uns aber überlegt, da in letzter Zeit relativ viele Videos von uns gelöscht wurden, beziehungsweise Songs gar nicht erst hochgeladen werden konnten, wir uns jetzt einen Soundcloud-Account einrichten, auf dem wir versuchen, die Songs, die wir auf YouTube nicht hochladen können, nochmal zu euch zu bringen. Als erstes haben wir auf dem Account BlackBullet, Kuroshitsuji und Escaflown hochgeladen. Wenn das noch mehr werden sollten, dann kündigen wir das in den nächsten Videos hier auf YouTube nochmal an. Entweder direkt im Video oder in den Kommentaren unten. Müsst ihr dann mal schauen. Ja, es tut mir super leid für die schlechte Soundqualität gerade. Aber weder Joe noch ich befinden uns momentan in der Nähe eines besseren Mikrofons. Deshalb müsst ihr heute damit vorlieb nehmen. Wir wollen uns nochmal ganz doll bei den ganzen Kommentatoren bedanken für die vielen, vielen Kommentare, die wir in letzter Zeit bekommen haben. Das ist direktes Feedback und deshalb einfach das Schönste, was man auf YouTube so mitbekommen kann. Wir freuen uns und benennen uns die in Zukunft auch alle fleißig zu beantworten. Wir hatten letztes Mal ja schon angekündigt, dass Joe am 4. Oktober auf der Nikon in Hannover auftreten wird. Wir können jetzt nochmal zusätzlich bekannt geben, dass sie am 24. Oktober auf der Animaco in Berlin sein wird. Die Daten dazu findet ihr auch unten in der Infobox. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei sein wollt. Wenn ihr nicht könnt, dann bemühen wir uns von den Auftritten ein Video zu machen und die hier online zu stellen. Wann und wie das funktioniert, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Das war's fürs Erste und ja. Vielen Dank Leute. Vielen Dank für all die Unterstützung. Ja. Bis dann. Jules over and out. 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 Vielen Dank.